Kunst ist Kunst und die Aufgabe von Kulturpolitik besteht darin, ihre Entstehung möglichst wenig zu behindern und dafür zu sorgen, dass jeder sie versteht. Das ist nicht von mir, aber es ist ziemlich klug. Es ist von Matthias Altenburg. Ich möchte, dass in Marburg Kulturpolitik genau dieser Maxime folgt. Dass wir unsere hervorragenden Kultureinrichtungen wie die Kunsthalle, wie die Leistung des Konzertvereins, wie unser Theater, wie unseren Jazzclub und, 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 und weiter ausbauen und entwickeln, dass wir jedem Kind und jedem Erwachsenen Zugang zur Teilhabe an Kultur ermöglichen und dass wir auch die Lebensbedingungen für die Künstler und Kulturschaffenden auf ein einigermaßen zeitgemäßes Niveau bringen. Das wird eine große Aufgabe, aber ich bin sicher, wenn eine Stadt dafür geeignet ist, dann ist es Marburg.